Hallo hier ist euer Billion mit dem 88 Abonnenten Special weil es ist voll die Hitlerzahl und ich bin saubst so offen und ich hab mir gedacht es ist bestimmt eine tolle Idee, saulustig so was zu machen, eh, gib ihm was zu trinken, ey Oh, ihr Nazis, ey also jetzt meine, ich wollte mal, ich wollte mal, ich wollte mal eine sauslustige Indie-Spiel da muss man einfach von so Turm, von so Plattform zu Plattmord springen und da kann man halt so Charakter schon, da haben wir Hitler immer geladen für das Special, ey und es ist saulustig und Andi wird es jetzt hier im Skype sehen, Alter, ich weiß, ich hörst du den Sound, oder kann ich das irgendwie einstellen, du den Sound hörst? Ne, das geht nicht und das ist natürlich Hitler oh, wie geil, oh, jetzt kann es mal auf und mir das was über die Schulter zu hauen, ja, also, los geht's, ey naja, classic game of fucking Hitler, du, Alter er sagt erst mal, wo den totalen Krieg ist so gut, ey Sieg heil, sieg heil, Alter là, hey, ha, wow, guck mal, ey, leger, da Das sagt dann immer steagle, das ist saugut, ey Och man, ey, ich kann aber auch machen wie das gar nicht... ich will das noch trinken und so Blitzkrieg Also wenn du in den Hörn м Hop fällt das sagt immer Blitzkrieg Und das ist auch Coca-Cola, oh mein Gott, ich bin echt gestorben, Alter blow michas oh, dann bist du das thứ zu spielen, Alter Ich bin schei, alles egal, Alter 88-Abospecial muss nicht anders, ich sag ein bisschen zu sein, sonst denken alle irgendwie teveeln wie vor, so Alter, bist du da Nazi, Alter ich will ein glücksberaschig sein, das ist doch so ne klaren es ist geil, es ist geil Arl, hoch die Treppen hoch die Treppen ja, Andi ist bei mir dabei, weil sie nicht gemerkt haben, weil der Hitler auf LP, ja man der ist eh verhasst bei allen schon, Alter aber ich finde der Andi, der der beste LP der Welt mit, ey kann ja kronk voll in die Tasche kloppen, ey auf jeden Fall, der alte schwule Nazi, ey, der immer nöppelt die Eier leckt ey, ich meine echt, man kronk oder ne mehr, das ist doch Saudi-Unprofessionell, die Sachen nicht mehr Hitler oder sowas ja, ich freue mich, das muss ein Hitler sein, Alter ey, meine, ey, soll er sich mehr ey, LPF, ey, let's play for the LPF, aber ich glaube eher LPF steht für let's play Faschow, Alter scheiß Faschow, Alter wie kann, wie, ich meine, wie kann man nicht über Andi lachen, ich verstehe das nicht, ey ich stehe auch nicht oh mein Gott, best Kongo best Kongo, oh, fast, fast vor 8 Nacht, ja, 1 zu weit, aber ahh, nope ich glaube, ich glaube es ist jetzt nochukulare originell am sulie, gleichmäßig zu tun, um es zu感謝, er ich habe es so und so aber alle macht er nichts mehr zu tun sind im Internet verbreitet zu werden er muss wissen es gut hat werden wenn du singen Kaktus voll in den Nazi kaputt Prozent da hat er in Sachen ich weiß lieber Hitler Scheiße er will auch machen es ist schon so lecker es ist für die Verbrauchung Nixey und dann sollte ich gerade essen den Kohlstuhl von Adi Kost ich bin Alter ich sage nur ich hatte einen Skeppger der heißt Adi the gamer ja mann das Hitler-Elfee das Hitler-Elfee das Hitler-Elfee lebt also doch ich muss ihn echt mal anscheinend ob der sich das Hitler-Elfee nennt ey du wirst dich so den Arsch kaputt laden I SITS ILLER aber ich glaube ich nicht Drunk 88 Abonnenten special ich bin so zugeknallt das ist nicht schön ich habe das Kameran nicht bei das kann ich jetzt glaube ich nicht ändern ich bin die Karte jetzt nicht und so die Offenkämpfler passt und so nicht mehr zu besorgen das ist so ich bin zufrieden abzuschreißen es gibt da kommt noch Nazi der Elnaz neben mir und dann Tränen wie die Eier auf Nazis überall das ist die Keiner ja sagt dieser Typ dauernd ey ich sage SIEKEI SIEKEI ach schon wieder ey diese scheiß Nazi ey oh 791 Score auf fucking Hitler-Doom ey mhm man sagt wir heute einen totalen Krieg wenn er anfängt ey schon ein bisschen Nazi ey ein bisschen ne ein bisschen rechtsorientiert ey wahrscheinlich wäre ich eh saugeflamed für dieses special ich meine das ist 88 Abonnenten special und dann ist es auch so Hitler-Kacke aber ich meine wie kann man das ernst nehmen ey mal ganz ehrlich kann man das ernst nehmen jetzt mal ehrlich ey machen einfach auf einer ganz hohen Ebene ja auf einer sarkastischen Art und Weise super lustig muss einfach sein ich meine man muss einfach in den Dreck ziehen das ist einfach zu grausam man muss in den Dreck ziehen aber ganz ehrlich jetzt mal an die Zuschauer wie kann man nur wie kann man nur ähm denken dass Andi oder ich Nazis sind ich meine wir schimpfen auf Hitler wenn wir sagen ey sie Keil Hitler ist geil dann würde ich das ja verstehen ey aber ich meine wir schimpfen permanent auf Hitler wie kann man denken dass wir Nazis sind ey boah wir lachen drüber ich meine das ist einfach unser universal Schimpfwort wenn wir was nicht schaffen ey na eben ich meine wie kann man nur denken dass wir Nazis sind das geht doch gar nicht ich meine das ist doch so sinnlos wenn jemand mal überhaupt irgendwie ein bisschen nachdenken würde dann sagt sie davon nur ich meine wie kann man einfach nur denken dass wir Nazis sind ich meine ihr seht mich ja auf der Cam ich meine welcher Nazis hat lange Haare abgesehen davon ey das ergibt doch keinen Sinn die Scheiße na eben aus dem so wie ich ja mal sprechen ganz gestochen und mein Mund gespuckt mal ab ein Eier in der 2 Prozent das sind ein effektiv durch die Schwestern Hitler und sie Prozent 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 auch so gut, ey. Hitler ist eh so süß, ey. Ein Nazi-Saw, ey. Mein Leben, wenn der bestimmt ist, ist das so geil. Abgesehen davon, ne? Es ist ein fucking Freeware-Indie-Flash-Game of Doom, ey. Es gibt so ein iPhone, wenn ihr euch ein iPhone könnt, ihr könnt euch runterladen, oder? Ihr werdet schon mit AR 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 AR, Alter. AR 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 er auf jeden Fall wenn ich bin in der Runde der Welt das ist es ist sie da sind sie können aber es gibt sie gibt noch Signale von sich zu haben und so aber ich finde du mir sechs Jahre Nürnberg ich glaube es sind es geht so gut wie ich und so da die Sorge auf die Hälfte ich mit der Türkei skype nennen sie sich einmal was auch ein Hitler-Hitler in den Stoß und die Stoßes muss er ja erst mal hier es musste klar hier ist es gleich gehen uns ja die Sorge war einfach und dann habe ich irgendwie so gesagt ja ich muss sie zu verlassen sind man ja ich komme ich hab schon Spaß so allein ich hab mein Gamepad und meine Moschee in der Welt ein Zauber auf die Brücke im Markt zu spielen ich muss nur über eine letzte Zeit ist nur die Letzte ist wichtig verfolge ich guck die Lose und so zu vollen passivchen aber ich habe sie in ihrem Traumort ist nicht zu sehen er hat genauso du hast in ihren Treck der Stadt es muss mir mal geben aber noch gar nicht angeguckt und sei bald erst mal in 5 ich meine alter schönste, auch der einzige die in der letzten Weiblichen der Taubten da ist auch so, die ganzen anderen Nazi-Fotzen da der nennt die Abogazie Nazi-Fotzen, ne wir einfach nur ihr unersehne, unerführende Fischmöse reinhalten so ähnlich wie zu Proklinierung selbst gebrampten Hitlerweinbran von der Fall ist ein bisschen übel, das hat ja nicht nötig von Nazi-Sauge, ey. Oh, sorry, ey. Die wird voll leid und so. Er macht jetzt voll gar nix und so... Blitzkrieg! Deine Mutter stinkt nach Schmarrn, ey. Meine Mutter hat sich ja nicht... Boah, ich hätte gerne mal Hitters Eltern gesehen, ey. Ja, ich weiß gar nicht, wie die heißen, Alter, weißt du das? So, Erwin und, 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 und Trude Hitler, ey. Ne, ich kenn dich, ich kenn dich ja nicht, ey. Der Backel schreibt mich an und meinst so, hier, äh, sorry, komm, fügt mich zum Gespräch dazu. Ey, ich bin... Ich bin frei und willig. Haune mit rein, ey, ist wär mir eigentlich scheißegal. Stell bei der auch noch ein bisschen... Backel, Backel, ey. Der Backel, ey. Meistens ist es seine Muskeln, die er seinem Avatar zeigt. Ey, was geht mit dem Hitler ab, ey? Ach ja, jetzt geht der nicht mal die Scheiße da, jetzt geht der nicht mehr dieses Versicherer da nicht mehr, ist egal. Sauwurscht, ey. Hm. Backel! Ey, Backel? Du bist jetzt in meinem 88-Abonnenten-Special, ey. Jawoll! 88! 88! 88! Ich find's auch besoffen, grad, musst du wissen. Ah, ich bin 88 daran, da fängt das Leben an. Pah! Pah! Ich hab' mit 8,980 Abo, ey. Ja, aber es ist auch krank, ey. Wie kann ich nur so viel Abo, wenn ich nicht so gut an? Geh, ne, eigentlich ist es schon ziemlich geil. Ja, ich versteh's irgendwie nicht, ja. Hallo, hallo, hallo. Mein Fotz, ey. Ja, hallo, hallo. Mein Fotz, ey. Mannschaftsverkotzen. Naja, mein Kampf, ey, nicht mein Kampf. Mein Kampf, alter! Keine Ahnung, ey. Keine Ahnung, ey. Also ich will auf jeden Fall, das Ganze mein Kampf nennen. Um scripten, dann muss man überall KZs auf- und abbauen, ey. Das war das Mord-PDF, das Ganze! Blizzkrieg aller Blizzkrieg aller, guck mal mal die Blizzkrieg Stages, ey. Ach, so, dass keine Bisschen, ey. Ah, Blizzkrieg! Blizzkrieg! Nazi-Style, das ist geil! Na, this is all of doom, ey. Ey, weiss da nicht, hat ja Sauf Hitler verlassen, weil er hat eigentlich wieder einen Erfolg, ey. Ja, der ist scheiß Nazi, ey. Backel, backel! Jo! Wie kommst du eigentlich auf A, Backel? Was soll das eigentlich bedeuten, ey? Äh, das ist eine lange, lange Geschichte. Erzähl aber jetzt, ich mach's besser. Ne, lange, lange Geschichte, langes Ter. Hast du keine Zeit dafür, oder was? Äh, ja, ne, doch, aber, äh, äh, zwischen mir und einer Freundin, da hat, äh, keine Ahnung, wie man drauf gekommen sind. Ich war das eigentlich selber gar nicht mal, aber das schon so ewig lange her ist. Und das dieselbe Freundin, die die Fliecher auch mal zeichnen, die bei mir im Channel drin sind. So gut. Oh, dieser, äh, Ha, ich hasse, ich hasse, bin rar. Ich auch, ey. Das ist Hitler, ey. Bin rar! Bin rar! Bin rar! Bin rar! Bin rar! Er wird sagen, ich hab jetzt schon, ich hab schon zwei Minuten nachher aufgenommen, ey, Alter, ich glaube, ich mach jetzt den Scheiß mal Schluss, ey. Danke für die 88 Abonnenten, ihr coolen Menschen, ey. Und ich liebe euch alle voll dafür, ey. Und Andi, danke, und Backel, danke, dass ihr hier in meinem Abo-Special drin wart. Ich find's voll fresh, Alter. Ah, gerne mal. Und, ey, ich bin so besoffen und ich muss jetzt erst mal hier mich um meinen Besuch kümmern und so. Also, Servus. Ciao! Haha, Servus.